Und uns geht es allen zusammen natürlich extrem gleich schlecht, weil auf uns drückt ja die gesamte Last. Die Pachtlast zum einen, die Mitarbeiterlast, die ganzen Fixkosten, die weiterlaufen. Bekäme ich 75 Prozent, dann würden wir nicht in der Situation sein, dass ich sage, ich stehe vor dem Scherbenhaufen meiner Existenz. Hallo und herzlich willkommen bei Unternehmergeist TV. Wir sind heute in Düsseldorf in dem Hotel Friends, einem sehr, sehr schönen Hotel. Wir haben eine Verabrednerin mit dem Hotelchef und fragen ihn, wie es ihm geht und wie er sich fühlt im Augenblick. Ja, Haukan Herbst, wir haben jetzt kurz vor Weihnachten 2020. Dir muss es doch eigentlich gut gehen, weil es ging doch überall in den Medien rum. Warum, dass ihr in eurer Branche 75 Prozent Novemberhilfe vom Umsatz von 2019 bekommt? Wie viel Geld bekommst du denn fürs Nächstun? Ach ja, jetzt fängst du ja wunderbar an. Das wird eine ganz tolle Diskussion mit uns beiden. Das ist genau der Punkt, über den ich mich am allermeisten aufrege in der ganzen Diskussion. Ich reg mich nicht so sehr auf über eine Bazooka, über all das, was im März gesagt wurde und was handwerklich falsch gemacht wurde. Ich reg mich am meisten auf über dieses gefährliche Halbwissen, was du ja wahrscheinlich auch den Medien entnommen hast, was du jeden Abend hörst. 70 respektive 75 Prozent an Novemberhilfe, wie sie so schön heißt. Also wenn dem so wäre, dann würden mir knapp 500.000 Euro zustehen für den Monat November. Denn ich hatte letztes Jahr einen Umsatz von 700, 750.000 Euro. Jetzt kann ich dir die Novemberhilfe gerade für mich alleine mit Null beantworten, aber so losgelöst stehen zu lassen, macht keinen Sinn. Also ich muss es verpacken in die gesamten Hilfen. Und da gibt es ja so viele unterschiedliche Hilfsprogramme, die teilweise aufeinander aufbauen, die teilweise parallel laufen, die aus den unterschiedlichsten Instanzen herausrühren. Und de facto hätte ich bis jetzt circa 1,7 Millionen Anspruch, wenn ich den Fernsehworten abends glauben würde. Und wenn das, was man dort sagt, wie man dir sagt, 70, 75 Prozent, ich alles bekommen hätte. Also wie gesagt, 1,7 Millionen. Bekommen habe ich in der Tat 75.000 Euro Soforthilfe. Das heißt für drei von fünf Hotels jeweils 25.000 Euro. Und was ich weiterhin bekommen habe, ein Kredit, ein langlaufender Kredit, den ich komplett zurückzuzahlen habe, habe ich neu aufgenommen über 800.000 Euro. Und bedingt durch diese 800.000 Euro Kredit habe ich die maximale Fördersumme schon erreicht, wobei für mich ein Kredit keine Fördersumme ist, auch wenn sie staatlich abgesichert ist oder über KfW abgesichert ist. Damit habe ich mir alle anderen Fördertöpfe blockiert. Und damit bin ich in der Situation, eben außer diesem Kredit nur die 75.000 Euro bekommen zu haben, anstatt der mir mathematisch zustehenden 1,7 Millionen. Ich atme tief durch. Kommst du damit zurecht? Oder wie läuft es jetzt bei dir? Oder wie geht es weiter jetzt? Damit kommt keiner zurecht in der Branche. Jetzt muss man natürlich immer sagen, wenn ich von der Branche spreche, die Branche ist ja sehr vielschichtig, sehr fragmentiert. Und wenn ich eben darüber sprach, handwerkliche Fehler und all die Probleme. Und ich weiß ja, wir könnten jetzt ein wunderbares Politik-Bashing hier betreiben und über alles zu sagen, was die falsch gemacht haben. Auch darauf können wir gerne später noch zu sprechen kommen. Fakt ist aber nun mal, dass man diese Branche auch so einfach gar nicht verstehen kann. Also wir haben zum einen die internationalen Konzerne, auch nationale Konzerne. Das sind Großunternehmen, in der teilweise auch börsennotiert, internationale Unternehmen, bis hin zu den kleineren Deutschen. Für die ist bei diesen ganzen Förderungsfragen, wobei ich darauf gerne nochmal eingehen möchte, dass ich der Meinung bin, es handelt sich um Schadensersatz und nicht um Fördergelder. Aber das vielleicht später nochmal. Für die ist das Entscheidendste, dass der Bundestag vor drei Tagen, glaube ich, nun endlich verabschiedet hat, dass der Paragraf 313, das ist der sogenannte Wegfall der Geschäftsgrundlage, endlich geregelt wurde. Weil dieser Paragraf 313 besagt eben, dass das Risiko oder diese Verluste verteilt werden zwischen dem Verpächter und dem Pächter. Gerne später dazu mehr. Dann gibt es die Mittelstandshotellerie, die wir alle so vom Landwesen hauptsächlich kennen. Und da ist es so, dass die meisten Mittelstandshotel, die auf dem Land sind, tatsächlich auch inhabergeführte Betriebe sind. Das bedeutet, die, die betreiben, sind häufig auch die Besitzer der Immobilie. Die haben eine ganz andere Herausforderung. Die müssen die Liquidität und die Kredite mit ihren Banken, ihren Hausbanken vor Ort regeln. Und die nehmen letztendlich auch Schulden auf. Und am langen Ende verlagern sie das Problem auf die nächste Generation. Die Erbengeneration, die mit Schulden weiter startet, weil man Zins und Tilgung aussetzt. Und dann kommt das, was ich hauptsächlich repräsentiere und was in Deutschland natürlich auch stark vertreten ist. Diese Mittelstandshotellerie, die Betreiber von Hotelimmobilien sind, aber eben nicht Besitzer der Hotelimmobilien. Und uns geht es allen zusammen natürlich extrem gleich schlecht, weil auf uns drückt ja die gesamte Last. Die Pachtlast zum einen, die Mitarbeiterlast, die ganzen Fixkosten, die weiterlaufen. Und dann gebe ich dir recht, bekäme ich 75 Prozent, dann würden wir nicht in einer Situation sein, dass ich sage, ich stehe vor dem Scherbenhaufen meiner Existenz. Aber wir bekommen sie ja eben nicht. Und in der Situation, in der wir uns befinden, stehen wir mit dem größten Teil meiner Kategorie von Hotels, und das sind Tausende und Abertausende, kurz vor dem Ruin. Ah, jetzt hast du mehrmals gesagt, wir bekommen das Geld nicht. Ich frage nochmal nach, warum, oder weißt du, warum ihr denn, du Schrägstrich, ihr das Geld nicht bekommt, diese 70 bis 75 Prozent? Das wird doch überall gesagt. Warum kommt das jetzt bei euch nicht an, verstehe ich nicht. Also es gibt relativ komplexe Situationen der Förderbausteine. Das Erste war diese Soforthilfe. Daran kann ich das schön an unserem Beispiel mal darlegen. Wir sind in zwei Bundesländern vertreten. Wir sind in fünf unterschiedlichen Städten vertreten gewesen mit den Betrieben. Zum Beginn der Pandemie war es schon so, dass bei der Soforthilfe, die ja ganz unbürokratisch und schnell lief, und da auch ein großes Kompliment, also zwischen Antragstellung und Antragbewilligung waren teilweise nur 24 Stunden, und der Geldfluss lief auch ganz schnell und hervorragend, aber nur drei von fünf Betrieben waren überhaupt in der Lage, dieses Geld zu bekommen. Da beginnt es schon damit, dass wir in Rheinland-Pfalz eine ganz andere Hürde hatten als in Nordrhein-Westfalen. In Rheinland-Pfalz musstest du praktisch wirtschaftlich schon komplett auf Null sein, um überhaupt ein Fördergeld zu beantragen. In Nordrhein-Westfalen reichte der Umsatzeinbruch. Das heißt, wir haben es für Rheinland-Pfalz gar nicht beantragt. In Nordrhein-Westfalen haben wir vier Standorte, wobei zwei verbunden sind miteinander. Also in einer GmbH zwei Betriebe. Konnten wir für zwei Betriebe nur einmal den Antrag stellen. Bedeutet, wir haben dreimal 25.000 Euro bekommen. Und das ist alles, was relativ problemlos lief, aber auch schon mit der Komplexität der Bundesländer und der Regionen. Wir sind ja jetzt im sogenannten zweiten Lockdown. Gibt es denn jetzt größere Unterschiede zu dem sogenannten ersten Lockdown, der jetzt im März war? Also warum wir die Novemberhilfe nicht bekommen haben. In unserem speziellen Fall hängt es damit zusammen, dass wir die maximale Höchstfördergrenze schon erreicht haben. Und diese kumuliert sich eben aus dem allerersten Teil der Soforthilfe. Die Soforthilfe haben wir mit 75.000 Euro bekommen. Auch wenn das wieder sehr kompliziert war, weil in den unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Regeln gelten. Das zweite waren dann insgesamt bis zu 800.000 Euro, die man offensichtlich nach europäischem Recht beziehen darf und mehr nicht. In Brüssel gibt es diese Stimmen und jene Stimmen. Berlin sagt so, Düsseldorf sagt wieder anders. Also wir kleine Hoteliers, die nicht den Überblick über die gesamte Welt haben, wir sind da auch total überfordert. Und wir bekommen ja nur Antrag abgelehnt. Warum wurde mein Antrag abgelehnt? Mein Antrag wurde abgelehnt für die Novemberhilfe. Du brauchst dich in gar nicht zu stellen, weil die vorherigen Anträge schon abgelehnt wurden. Und die wurden aus der Begründung heraus abgelehnt, dass ich ja einen Kredit über knapp 800.000 Euro bewilligt bekommen habe für zwei von fünf Häusern. Und dadurch, dass ich einen Kredit bekommen habe, den ich komplett zurückzuzahlen habe über die nächsten zehn Jahre, habe ich damit trotzdem die Höchstsumme erreicht. Und dadurch, dass die Höchstsumme erreicht war, bin ich nicht weiter förderfähig. Das heißt, du hast also, wenn ich das richtig verstanden habe, einmal in Anführungszeichen gesprochen, hast du Geld in Anführungszeichen gesprochen geschenkt bekommen. Ja, absolut. 75.000 Euro. Und dann aber auch noch einen Kredit, den du irgendwann zurückzahlen musst. So, und jetzt kommen wir in die Situation, dass das dann auch festgestellt wurde, aber auch da, wenn wir das in Ruhe erzählen würden, die Sparkasse Düsseldorf, die Sparkasse Köln, die Sparkasse Essen, die Sparkasse in Heinsberg. Wir haben ja überall einzelne Banken, die sind ja auch nicht alles Experten, dann wiederum in der Beantragung der Fördergelder und wie das läuft. Und bis man das alles erstmal rausbekommen hat, es ist wirklich interessant, am langen Ende konnten wir auch nur für zwei Betriebe überhaupt die KfW-Darlehen, also dieses Darlehen beantragen, das wurde bewilligt. Und jetzt blockiert dieses Darlehen eben jegliche weitere Fördermaßnahmen oder Schadensersatzmaßnahmen. Man ist gerade dabei, das zu klären, auf politischer Ebene, weil es, wie gesagt, in Brüssel und auch in anderen Ländern auch andere Regeln gibt. Aber das Mühlrad, wie man so schön sagt, malt jetzt sehr, sehr langsam. Man ist da sehr uneins offensichtlich. Die beste Empfehlung, die jetzt kam, war, ihr könnt ja das Fördergeld zurückzahlen, also dieses KfW-Darlehen jetzt direkt zurückzahlen und dann könnt ihr die Fördergelder wieder beantragen. Aber wer hat denn jetzt, wenn er 800.000 Euro Kredit bekommen hat, wer hat denn jetzt die 800.000 Euro noch da? Vielleicht hat er noch 200, noch 300, aber 500, 600 sind ja weg. Also mir raucht jetzt gerade der Kopf so ein bisschen von diesen vielen Zahlen. Ich weiß nicht, wie das unseren Zuschauern geht. Also es ist schon, kann ich das richtig unter der Überschrift zusammenfassen, sehr verworren, sehr verrückt, sehr uneinheitlich. Wenn ich jetzt nur die Parameter ansehe und die Thematiken, die wir haben, könnten wir vier, fünf Stunden hier nur über diesen aktuellen Fall reden. Und das will ja kein Mensch. Eins vielleicht für den geneigten Zuschauer, der keine Ahnung hat, ist es der Punkt, wir haben unterschiedliche fragmentierte Struktur unserer Branche, wir haben eine föderale Struktur, wir sind aber, also sprich innerhalb von Deutschland, wir haben aber innerhalb, und das vielleicht noch, weil man sich das kaum vorstellen kann, in der ersten Pandemie-Phase hat Köln, ich glaube, 10 oder 14 Tage, jegliche Beherbergung komplett verboten. In Düsseldorf hätten wir weitermachen können mit einem eingeschränkten Markt. Und in Essen gab es wieder eine neue Regelung, da durften wir nur Leute bis maximal, Gruppen bis maximal fünf Personen bedienen. Also jede Stadt hat auch nochmal ihre Eigenregelungen gefunden. Und wenn man das jetzt mal über die Bankenwelt, über die politische Welt, über die Förderwelt zusammenbringt, wirklich, es blickt kaum noch einer durch. Das ist eigentlich das Statement, es blickt kaum noch einer durch. Wir haben im Vorfeld über das Thema Personal gesprochen. Da möchte ich gerne mal kurz nachhaken. Du hast mir zwei Sachen gesagt, die fand ich sehr interessant. Einmal das Thema, was die, oder anders gesagt, wenn die Politik euch ein anderes Vokabular gesagt hätte, was hättet ihr dann gemacht, Stichwort Arbeitslosigkeit? Also zum einen haben wir eine Situation, dass, glaube ich, die gesamte Branche, und das ist jetzt nicht als Vorwurf formuliert an die Politik, weil die im März auch nicht wussten, was sie tun. Aber hätte die Politik im März gesagt, wissen Sie was, wir wissen überhaupt nicht, was hier passiert, wir hatten sowas noch nicht, dann wäre unsere Branche, die ist gewohnt, mit Krisensituationen umzugehen, wäre unsere Branche ganz anders aufgestellt heute. Das heißt, wir hätten geschaut und gesagt, okay, uns hilft keiner, wir müssen Lösungen finden. Dadurch, dass die Politik aber gesagt hat, wir holen die Bazooka raus, wir helfen euch alle, haben wir uns, ich will nicht sagen zurückgelehnt, aber wir haben daran gesagt, okay, es wird schon alles gut, der Staat regelt das Ganze für uns. Und das hat man ja über Kurzarbeitergeld und sofort auch gespürt. Wir haben uns deswegen dann um Hygienekonzepte gekümmert, um all das, was man von uns verlangt hat. Aber wir haben nicht allesamt, Einzelne schon, aber den Plan B ausgearbeitet für die Zukunft. Ich entnehme der Frage, dass es ja auch darum geht, was wäre mit Mitarbeitern passiert, wenn man uns nicht diese Bazooka-Theorie mitgegeben hätte, dass letztendlich alles gut wird und wir müssen uns keine Sorgen machen. Was würde denn jeder Unternehmer an dieser Stelle machen? Er würde doch sofort sagen, wo kann ich sparen? Also für die Hotellerie gibt es drei Kostenpunkte. Der Wareneinsatz, der wird runtergefahren, weil wir kaufen nicht mehr ein, Lieferketten werden unterbrochen. Das zweite Thema sind die Mitarbeiter. Die Mitarbeiter haben aber auch die Kurzarbeitergelder, die gekommen sind, was auch sehr holprig war, auch wieder unterschiedlich nach Land, aber das ist jetzt Geschichte. Damit kannst du von deinen 35 Prozent Personalkosten natürlich deutlich runterkommen, aber es ist ja nicht so, dass ein leer stehendes Hotel, ein geschlossenes Hotel, keine Personalkosten hätte. Das heißt, wir haben ja immer noch, selbst das kleinste Hotel hat 15.000 Euro mindestens mal noch Personalkosten im Monat. Bei wie viel Euro? Bei null Euro Umsatz müssen wir trotzdem 15.000, wir müssen ja mindestens mal den Betrieb 24 Stunden sichern. Und jetzt will ich nicht über Legionellen und Wasser und Spülen sprechen. Und das nächste Thema ist unser nächster großer Batzen. Und das ist ja irgendwas ganz Entscheidendes. Also mit ungefähr 20, 22, 23 Prozent vom Umsatz ist die Pacht. Egal, ob es jetzt bei einem Zins und Tilgung ist, bei dem anderen ist es eine Pacht. Aber das ist ja der zweitgrößte Kostenpunkt bei uns. So, und in dem Augenblick, wo wir als Unternehmer wüssten, da ist was, was wir nicht absehen können, dann sind wir ja gefordert zu reagieren. Und dann geht man natürlich an die größten Kostenpositionen hin. Und im Zweifel hätte man sogar tatsächlich Mitarbeiter entlassen, das wollte der Staat verhindern durch die Kurzarbeitergelder, weil man einfach sagt, nee, also ich stelle die lieber wieder neu ein. Da wird ja alle anderen Kollegen sagen, das ist kurz gesprungen, dann hast du die verloren, dann hast du später das Problem. Aber als Unternehmer, je nachdem wie liquiditätsstark du bist, musst du dir ja irgendwas überlegen, wie du über die Situation kommst. Und wir hätten sehr früh mit unseren Verpächtern ganz anders gesprochen und gesagt, wenn hier jetzt keine Lösung kommt, dann müssen wir den Insolvenz oder wir müssen den Pachtvertrag lösen. Aber eine Grundlage zum Pachtvertrag, überhaupt in Verhandlungen zu kommen, haben wir seit letztem Freitag. Also wir haben jetzt praktisch neun Monate gar keine Grundlage gehabt, mit den Verpächtern zu reden. Und eigentlich auch keine Notwendigkeit, weil wir ja alle dachten, da kommen Fördergelder über Fördergelder oder Schadensersätze. Das kriegen wir schon hin. In meinem Fall, wir haben knapp 300.000 Euro inzwischen Verbindlichkeiten gegenüber unseren Verpächtern. Kann man sagen, dass die Verpächter Gewinner sind? Ach, nein, das würde ich so jetzt nicht pauschal sagen. Also viele Mittelstandsimmobilienbesitzer, die so ein kleines Hotel besitzen oder die vielleicht ein paar Restaurants besitzen, die waren sehr, sehr früh mit ihren Pächtern im Dialog und haben auch sehr gute Lösungen gefunden. Je institutioneller die wurden, umso schwieriger wurde das. Also ich bin ja in vielen Telefonkonferenzen zugegen gewesen, auch in vielen Netzwerken. Die Banken waren ja gar nicht in der Lage entgegenzukommen, dem Fonds und dem Pächter, weil es keine gesetzliche Grundlage gab. Das ist ja das Problem. Die Aktionäre würden ja den Banken Druck machen und dadurch geht das Gesamte, was wir uns jetzt hier am Tisch überlegen würden, ah, das kann doch die Bank, nimmt sich zurück und dann finden wir eine Lösung. Da gibt es keine juristische Grundlage für. Die gibt es erst seit letztem Freitag. Also das heißt, da wäre Bereitschaft gewesen, aber keine juristische Grundlage. Bei den anderen gab es Bereitschaft. Es gibt mit Sicherheit einige Immobilienbesitzer, die Gewinner sind, weil sie bis jetzt noch gar nichts verloren haben. Zumindest haben sie noch einen Anspruch. Ob sie den nachher bedient bekommen, werden wir sehen. Aber ich glaube, in der Pandemie von Gewinnern zu sprechen, außerhalb des Onlinehandels und vielleicht der Gartenbaufirmen, wäre vermessen. Lass uns mal nach 2021 gucken, vielleicht auch 2022, 2023. Wo siehst du dich als Unternehmer, Schrellstrich, deine Hotelkollegen? Wo läuft das hin? Gibt es irgendwann wieder ein, in Anfangszeichen gesprochen, auch ein normales Leben, wie wir das bis Anfang 2020 hatten, wo wir Corona nur als Bier kannten? Also es ist immer sehr schnell gesagt, es normalisiert sich oder alles wird nie wieder werden, wie es ist. Die Wahrheit liegt in der Mitte. Ich glaube, dass viele gemerkt haben, dass es auch ohne Messepräsenz geht und dass sie gemerkt haben, dass es auch ohne die eine oder andere Geschäftsreise geht und auch ohne das eine oder andere Meeting. Und der Markt wird sich sowieso vor 2023 nicht vernünftig erholt haben. Aber wenn er zurückkommt zur Normalität, wird er zu einer anderen Normalität zurückkommen. Das heißt, ich glaube, dass wir weniger Geschäftsreisen insgesamt haben werden. Die eine oder andere Reise, die vielleicht in den letzten Jahren so man auch noch mitgenommen hat, dass sie auf Notwendigkeit hin überprüft wird. Und das Gleiche passiert mit diesem ganzen Corporate-Bereich. Auf der anderen Seite wird der Tourismus mit Sicherheit gestärkt im eigenen Land. Aber so, wie wir gearbeitet haben bis zum letzten Jahr, werden wir nie wieder arbeiten. Und jetzt sind wir in einer Situation der Branchenbetrachtung und es wird Verwerfungen und Verschiebungen geben, dass wir sagen, es gibt gewisse Überkapazitäten, die abgebaut werden. Aber nochmal, wir sind ja alle in einer Spirale. Wir sind ja nur ein Baustein eines großen Konzeptes. Und konkret auf uns bezogen heißt das, wir haben den ersten Betrieb dicht gemacht, wo wir wussten, der braucht vier, fünf Jahre, um sich zu erholen. Das werden wir nicht stemmen wollen. Wir haben jetzt noch Betriebe, wo ich der Meinung bin, ich würde die heute sofort zumachen, wo meine Frau nur denkt, wir könnten es noch schaffen. Wenn ich ganz alleine entscheiden würde, würde ich mich jetzt auf ein oder zwei Betriebe konzentrieren und alle Kraft konsolidiert da reinstecken und den restlichen Ballast abwerfen. Und wir haben übrigens viele, viele, viele mittelständische Unternehmer, die zwei, drei, vier, fünf oder sechs Betriebe haben. Und das ist auch, und ich möchte das nicht unversäumt lassen, weil das ist unser größtes Problem, was wir haben, dass es dieses Stichwort der verbundenen Unternehmen gibt. Und das ist mir nochmal ganz, ganz wichtig, das hier nochmal deutlich herauszuarbeiten. Wenn Sie fünf Betriebe haben und die alle am langen Ende einer Mehrheitsgesellschaft gehören. Und jetzt ist die deutsche Struktur nun mal so, dass es da den Patriarch gab, 40er Jahrgang, der hat drei Kinder und der hat Schwiegerkinder und sonst was. Der eine hat das eine Hotel, der andere hat das andere Hotel, der eine hat ein Restaurant, der nächste hat die Berghütte, der andere hat eine Diskothek. Aber am langen Ende hat der alte, aus der alten hierarchischen Situation heraus, immer noch 51 Prozent von allem. Weil das mit seiner Erbregelung und so weiter läuft. Und das haben auch ganz, ganz viele in meinem Alter, die sagen, wir haben eine Struktur, die so einer kleinen Holding gleicht. Wir werden aber dafür jetzt, was immer aus Sicherheitsgründen passiert ist, aus Nachfolgeregelungen passiert ist, wir werden jetzt brutals bestraft, weil jetzt nochmal zurückkommt auf die Frage, warum kriege ich keine Novemberhilfe? Es ist nicht nur der Deckel, der drauf ist auf der Maximalsumme, es ist auch das verbundene Unternehmen, nicht bei mir, wenn ein Hotel nach dem anderen berechnet wird, sondern in meinem Fall wird die gesamte Gruppe als Eins genommen. Was denkst du, wird es ein großes Sterben geben? Es gibt laut ja der Begriff Zombie-Unternehmen, also die schon so halb tot sind und werden die ganz tot sein im nächsten Jahr? Also ich kenne jetzt keine aktuellen Untersuchungen und aktuelle Zahlen, aber was ich sehr wohl weiß, ist, dass man ja immer davon sagt, oh, jetzt gibt es den großen Crash und dergleichen. Ich komme aus einem Farben-Fußboden-Tapetengeschäft und irgendwann sind die alle verschwunden, weil die Bauhäuser da waren. Und Freunde von uns, die einen Elektronikladen hatten, sind alle verschwunden, weil heute gibt es Saturn- und Mediamarkt. Und das wird passieren. Es ist doch ganz klar, ein Haus wie dieses hier, 40 Zimmer, ich glaube 3.000 Quadratmeter, das ist doch wunderbar schnell zu Wohnraum umgebaut. Ich glaube, in Düsseldorf fehlen irgendwie 80.000 Wohnungen. Das wird man gar nicht so merken. Der Markt wird sich bereinigen, die Großen machen ja trotzdem weiter. Der Markt wird sich verändern und es werden nachher nur noch ein paar kleine da sein. Und es wird natürlich auch viele geben, die ihre Existenz einstellen. Aber eins ist ja gut in unserer Branche. Wir sind ja alles wie Katzen mit sieben Leben. Also dafür, dass die Hotellerie so gut ausgebildet ist und wir so viel wissen, haben wir gar nicht den Stellenwert da draußen, den wir haben müssten. Wir sind Überlebenskünstler. Gibt uns das nächste Gesetz und wieder ein Gesetz. Wir werden alle irgendwie überleben, nur wir werden nicht so überleben, wie wir es im Augenblick tun. Und wenn dem so wäre, und jetzt sind wir nochmal bei der Frage, was war im März, hätte man uns von Anfang an gesagt, wir können euch drei Monate unterstützen oder vier, aber ab September müsst ihr selber sehen, wie ihr klarkommt. Wir hätten unsere Wege gefunden. Dass wir heute in dieser Dramatik sind, sind Entschuldigung, Herr Altmaier und der Scholz Schulz, die in jede Kamera reingelächelt haben und gesagt haben, es wird kein Arbeitsplatz wegfallen. Wir holen die Bazooka raus. Also uns diesen Schein glauben zu lassen, das ist das Einzige, was sich der Politik ganz dramatisch vorwerfen. Wir werden überleben. Klar wird es Suizide geben, klar werden Köche in Küchen hängen, das wissen wir alles. Aber auf die Gesamtbevölkerung, auf die Gesamtbranche, es werden einige verschwinden, aber leider eher leise. Harkon, bis hierhin erstmals vielen Dank für das tolle Gespräch. Das sind sehr viele Hintergrundinformationen gewesen, wo man sich so, ja, gar keine Vorstellungen von hat machen können. Das wünschen wir dir, deiner Familie und deinen Mitarbeitern alles, alles Gute. Schöne Weihnachten und einen guten Rutsch in den hoffentlich besseren 2021. Das wünschen wir auch euch und Ihnen hier bei Unternehmergeist TV. Bleiben Sie uns gewogen und ganz wichtig, bleiben Sie gesund. Das wünschen wir uns gut.